Fallt bitte nicht auf diesen Trick rein, wenn es um Straßenverkehr und Betäubungsmittel geht. Ein wunderschöner Brief der Polizei. Es geht darum, wenn jemand, wovon wir natürlich dringend abraten, wenn jemand mit dem Auto unterwegs ist und hat noch aktiven Wert von Betäubungsmitteln im Blut oder Abbauprodukte, dann wirst du kontrolliert. Es geht in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Die Polizei kann mittlerweile seit 2017 selbst die Blutprobe anordnen. Die Polizei braucht für eine Blutprobe im Straßenverkehr keinen richterlichen Beschluss. Wenn die Polizei einen Anfangsverdacht für Konsum von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr hat, dann kann die Polizei selber die Blutprobe anordnen. Dann wird die Blutprobe genommen, dann wird ein Verfahren eröffnet wegen der Ordnungswidrigkeit und dann kriegst du nach ein paar Wochen irgendwann den Brief. Und dann hast du schon zwei Verfahren am Hals. Die Ordnungswidrigkeit, Trunkenheit im Verkehr, heißt beim Ersttäter 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot. Dann gibt es das zweite Verfahren, die Führerscheinstelle. Dann wird die Führerscheinstelle benachrichtigt und es gibt die sehr hohe Chance, dass du deinen Führerschein verlierst. Die Fahrerlaubnis wird entzogen. MPU, Abstinenz mit allem drum und dran, kennen viele. Und dann gibt es das dritte Verfahren und das ist der Trick der Polizei. Nämlich, der Gedankengang der Polizei ist, und der ist gar nicht mal so falsch, wenn jemand Betäubungsmittel konsumiert hat, ich habe Betäubungsmittel im Blut oder Abbaustoffe im Blut, dann muss oder könnte diese Person ja vielleicht auch mal im Besitz von Betäubungsmitteln gewesen sein. Dazu muss man wissen, der Konsum von Betäubungsmitteln ist legal, ohne dass ich Besitz erlange. Nur der Besitz zum Beispiel oder der Erwerb von Betäubungsmitteln ist verboten. Nach § 29 BTMG. Und jetzt kommt quasi der Trick der Polizei, die gehen davon aus, jemand der Betäubungsmittel im Blut hat, der war vielleicht auch mal im Besitz von Betäubungsmitteln. Und dann kriegst du dein drittes Verfahren, nämlich ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Dann kriegst du einen Brief von der Polizei, in dem steht drin, ja, Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen § 29 BTMG, vielleicht allgemeiner Verstoß mit Cannabis oder Verstoß gegen das Betäubungsmittel mit Amphetamin. Und dann kriegst du entweder eine Vorladung, das heißt, du sollst zur Polizei kommen und sollst dich gerne dort um Kopf und Kragen reden, oder du kriegst einen Anhörungsbogen. Das heißt, du wirst eingeladen, dich schriftlich zur Sache zu äußern. Da kannst du dann ankreuzen, ich gebe die Straftat zu und ich bin einverstanden mit einer Einstellung gegen Gelderauflage. Alles Mögliche. Und dann gibt es immer nur einen Rat, der zum Glück todsicher ist, verweigern die Aussagen. Wenn man hier die Aussage verweigert, keine Angaben macht, nicht zu der Vorladung erscheint, sondern einfach nur schweigt, dann kriegt man die Fälle mit ziemlicher Sicherheit eingestellt. Wenn es aber erhöhte Risikofaktoren gibt, das heißt, jemand, der Vorstrafen hat oder jemand hat einen Beruf, wo man besondere Zuverlässigkeit braucht im Sicherheitsdienst, als Lehrer, als Beamter, da wäre es tatsächlich wahrscheinlich sogar sinnvoll, einen Anwalt einzuschalten. Oder, wenn man zum Beispiel irgendwelche besonderen Qualifikationen hat, die man verlieren kann, zum Beispiel Jagdschein, waffenrechtliche Erlaubnis, Pilotenschein. Da wäre es sehr sinnvoll, dann tatsächlich sich verteidigen zu lassen, weil die Fälle kriegt man mit fast hundertprozentiger Sicherheit zu einer Einstellung, weil der bloße Konsum nicht als Nachweis für den Besitz ausreicht. Unter keinen Umständen ohne weitere Beweise. Und außer deinem Blut gibt es keine weiteren Beweise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017